UFC 4 wie man einen Spinner macht, UFG 4 Anleitung Hallo zusammen, liebe Freunde, jetzt möchte ich Ihnen zeigen, wie man zwei alle vier macht, und ich möchte einen Turntabel am Beispiel von Max Holloway sagen. Das erste, was ich Ihnen sagen möchte, ist, dass Sie verstehen müssen, dass nicht alle Athleten die Möglichkeit haben, aber die Drehscheibe ja umzusehen werde ich euch jetzt entsprechend zeigen, wo es möglich ist sich die Drehscheibe anzuschauen, ob es möglich ist oder nicht, aber wie die Drehscheibe für diese Athleten gemacht ist, die diese letzten für alle haben. Ist es auf die gleiche Weise, wird es geklemmt L1 und R1 und gedrückt, aber jetzt übrigens, setzen Sie ein Like, abonnieren Sie den Kanal, und vergessen Sie nicht, entsprechend zu reposten, drücken Sie L1 und R1, und drücken Sie das Dreieck, das heißt, so geht der Spinner, weil alle anderen Kombinationen, das heißt, wir machen es hier in dieser Situation, es ist kein Spinner, na, es gibt so ein Rad, aber im Prinzip ist es wieder der kalte Chip, ich apostrophem das Rad, also wo können wir sehen, Was wir für diese Athleten tun können, drücken Sie im Schaft-Trainings-Modus, gehen Sie zum Hilfe-Unterabschnitt des Spiels, drücken Sie darf Tricks zeigen, drücke R1, um alle Kicks zu sehen, und schau dir Max Holloway an, wie wir hier sehen, es gibt Kicks zum Schienbein, ja, es gibt zum Bein, das heißt, das sind auch zwei verschiedene Kicks, bitte achte darauf, und wir scrollen, scrollen, scrollen zu uns, schau, 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 und bitte, wie du sehen kannst, ein Round-Huse-Kick mit einer Drehung der Ferse, Was bedeutet, dass es ja ein Spinner sein wird, also hoffe ich, dass dieses Video nützlich war, like, abonniere